hi leute heute möchte ich euch begrüßen zu einem ganz besonderen video und zwar habe ich hier ihr seht es schon das sind pyroland rauchfackeln bengalfackeln mit reißzündung also zündung ohne feuerzeug und was das genau ist seht ihr nach dem intro wie schon gesagt das sind pyroland rauchfackeln mit reißzündung ihr seht hier diesen metallen silberring also man muss dieses teil nicht anzünden keine offene flamme verwenden um dieses teil anzuzünden sondern einfach kräftig festhalten und kräftig an diesem metallring ziehen und schon geht's los so 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 so